In diesem Video schauen wir uns mal an, wie wir auf die Web-Oberfläche der Fritzbox kommen, um sie in den Werkszustand zurückzusetzen. Wenn ihr schon Probleme habt, auf die Web-Oberfläche von der Fritzbox zu kommen, dann blende ich euch mal eine Infokarte ein. Da habe ich mal ein ausführliches Video gemacht, was man alles machen kann, damit man auf die Web-Oberfläche kommt. Grundsätzlich, ganz wichtig, wir schließen die hinten an einem der gelben Anschlüsse hier an, egal an welchem in der Regel, oder ich habe es hier mal im LAN 1 drin, wenn ihr jetzt da nichts umgestellt habt an den Ports, dann sollte das normalerweise gehen. Manchmal kann man die als Gastzugang konfigurieren, da weiß ich nicht, wie sich das verhält. Also normalerweise sollte LAN 1 reichen, wenn es da schon Probleme gibt, dann gerne mal einen anderen probieren. Nicht an den blauen anschließen, damit komme ich nicht auf die Web-Oberfläche in der Konstellation. Ansonsten habe ich hier auch das WLAN abgeschaltet. Könnt ihr ja hier sehen, also könnt ihr hier draufdrücken, abschalten. Einfach um sicherzustellen, dass der sich jetzt erstmal mit nichts verbindet. Wenn der zum Beispiel als Mesh-Repeater oder sowas eingebunden wäre, kann ich vielleicht großen Schaden anrichten, wenn ich dann verzehentlich auf der falschen Box lande. Also ich isoliere quasi die Box vom Funknetz erstmal weg, hier hinten auch alles abschließen, nur den Computer anschließen, mit dem ich den jetzt konfigurieren will. Am Computer mache ich das Gleiche, da trenne ich auch meine ganzen WLAN-Verbindungen, sodass der wirklich nur noch mit dem einen LAN-Port hier auf die Fritzbox verbunden ist. Das sollte auch ein direktes Kabel sein, also nicht wie wenn ein Switch oder sowas reingeht, weil wenn da wieder die andere Fritzbox dranhängt, da könnt ihr euch auch einiges zerschießen. Was jetzt eigentlich immer funktionieren sollte, ist die 16925411 zu benutzen, um darauf zuzugreifen. Das ist die IP-Adresse, die gebt ihr einfach in die Adressezeile eures Browsers ein und drückt Enter. So, jetzt kommt ihr auf diese Oberfläche. Und eventuell habt ihr ja genau das Problem, ihr wollt jetzt den Werkszustand zurücksetzen und habt euer Kennwort vergessen. Ist ja auch immer ein Tipp, wenn ich hier ein paar Videos zu Fritzbox mache, sage ich meistens ja, bevor ihr hier anfangt zu basteln, erstmal den Werkszustand und dann die einzelnen Schritte durchgehen, weil wenn man von einem sauberen Stand kommt, also quasi Werkszustand, dann hat man das deutlich leichter und die ganzen eigenen Leichen, die man im Keller hat bei der Konfiguration vielleicht noch irgendwas umgestellt hat, die stören einen dann nicht. Gut, also wie kommen wir jetzt hier in den Werkszustand. Naja, Kennwort könnte jetzt das sein, das auf der Box steht, das steht hinten drauf oder auf dem Beipackzettel, dann habt ihr Glück, dann könnt ihr die im Grunde ganz regulär in den Werkszustand versetzen. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, dass die völlig verbastelt ist oder ich habe die irgendwie bei Ebay gekauft und kenne hier das Kennwort überhaupt nicht. Und dann gehe ich mal auf Kennwort vergessen. So, und jetzt bekomme ich die Info, dass ich zwar das zurücksetzen kann, aber alles gelöscht wird. Und hier unten, das Kleingedruckte, trennen sie zunächst die Fritzbox für mindestens eine Minute vom Strom und kehren sie dann auf diese Seite zurück, nachdem sie ihre Fritzbox neu gestartet haben. Ihr kriegt jetzt quasi einen Schnitt, aber ich trenne die mal vom Strom, genau das mache ich nämlich jetzt. Und wenn ihr das macht, ihr müsst echt schnell sein, also einfach trennen und dann müsst ihr, sobald die wieder da ist, auf die Web-Oberfläche gehen, denn wir bekommen von der Fritzbox nur ein ganz kurzes Zeitfenster, in der wir die dann zurücksetzen können. So, das ging jetzt relativ flott, bei euch natürlich noch schneller dank der Zeitlupe, aber ihr seht, LAN blinkt hier so ein bisschen. Wir versuchen mal, ob das jetzt schon gereicht hat. Ich gehe mal hier auf Zurück. Ich bin ja immer noch hier auf meine 169254 und 1&1. Der versucht jetzt aber der WLAN anzuschalten, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir auch auf der richtigen landen. Ich hatte es eigentlich vorhin ausgeschaltet und ich werde es jetzt auch wieder ausschalten. So, jetzt gehen wir hier mal wieder auf Kennwort vergessen und es bringt uns gerade nichts. Deshalb mache ich mal F5 und neu laden, dass er jetzt hier nichts gecached hat. Nochmal Kennwort vergessen und jetzt schaut mal, was ich hier für ein Button habe. Werkseinstellungen wiederherstellen. Ja, ich kontrolliere jetzt auch noch mal, dass ich auf der richtigen Box bin. WLAN ist aus, kann also nicht irgendwie mit anderen verbunden sein und mich auf eine andere durchgerootet haben. Fritzbox 4040 steht hier oben. Das ist auch die hier und ich bin nur mit dem Kabel an der verbunden. Also kann wirklich nur an der sein und mir jetzt nicht mal an den Boxen zerschießen. Natürlich haben alle anderen Fritzboxen nämlich auch diese Notfall-IP. Deshalb ist mir das immer ganz wichtig, dass ihr da vorsichtig seid. So, Werkseinstellungen wiederherstellen. Einmal drücken. Gleiches Spielchen wieder. WLAN aus. Die ist zwar jetzt im Werkzustand, sollte sich jetzt also erstmal mit nichts verbinden können, wenn auch nichts anderes angeschlossen ist. Aber ich bin ein kleiner Angsthase bei sowas. So, Verbindung fehlgeschlagen. Lassen wir uns davon nicht ablenken. Wir machen nochmals versuchen, weil das Lämpchen leuchtet ja. Erstmal passiert nichts. Was auch gerne mal bei Windows passiert ist, dass der ein Problem bekommt mit der IP Adresse. Das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Deshalb nützt es manchmal einfach ganz kurz hier Stecker zu ziehen. Wieder einstecken. Und dann können die mal neu verhandeln, wie die miteinander sprechen wollen. So, dann nach kurzer Zeit hier nochmal neu laden. Finde ich jetzt kurios. Der macht gar nicht, der lässt sich über die nicht überzeugen, da aufzurufen. Aber jetzt müsste ja fritz.box funktionieren, weil eigentlich sollte der jetzt per DHCP sich da angemeldet haben. Das hat funktioniert. Komisch, dass jetzt hier dieser IP nicht mehr funktioniert. Ja, ist dann so. Okay. Das könnte ich dann erzwingen, indem ich an meiner Adapterkonfiguration rumspiele. Aber brauchen wir ja nicht. Wenn ich die im Werkszustand habe und DHCP wieder funktioniert, also das heißt einmal trennen, einmal dran kann sein, dass man machen muss, dann kann man hier von vorne anfangen und kann jetzt diesen Setup-Assistent durchklicken. Ja, soviel zum Werkszustand. Also bei der Box ist das Stromtrennen wieder dran und dann sofort einloggen. Und man kommt auf den Button mit dem Werkszustand. Und jetzt könnt ihr entweder dein Passwort selber festlegen, je nach Version, oder man benutzt das Passwort, das unten auf der Fritzbox steht und das ich euch jetzt nicht zeige.